Was ist die Tarifrunde im öffentlichen Dienst? Wie kann das sein? Die öffentlichen Arbeitgeber sagen schon seit Jahren, sie müssen sparen. Sie fordern regelmäßig Zurückhaltung in den Tarifabschlüssen. So haben sich die Löhne der Beschäftigten bei Bund und Kommunen im Jahr 2011 nur um 1,1% erhöht. Aber im gleichen Jahr sind die Verbraucherpreise um 2,3% gestiegen. Im Januar 2011 haben die Beschäftigten bei Bund und Kommunen noch eine Einmalzahlung erhalten. Diese erhöht aber das Monatseinkommen nicht dauerhaft, weil sie nicht jedes Jahr gezahlt wird. Daher ist der reale Wert ihres Einkommens im Jahr 2011 tatsächlich um 1,2% gesunken. Kein Wunder in Zeiten der Eurokrise und Schuldenbremse, denken Sie? Dann sehen Sie doch einmal, wie es in anderen Ländern aussieht. In Finnland ist das Realeinkommen im Durchschnitt um 22% gestiegen. In Großbritannien um 14,4%, in Dänemark um 10,7%, in Frankreich um 8,6%. Spanien 7,5%, Belgien 7,4% und Italien immer noch 3,8%. Nur in Deutschland ging es im selben Zeitraum um 4,5% zurück. Denn die Wirtschaft ist im gleichen Zeitraum real um mehr als 10% gewachsen. Deshalb sind die Beschäftigten sauer. Sie brauchen eine Gehaltserhöhung, um ihren Lebensstandard halten zu können. Und sie wollen, dass der wachsende Reichtum auch bei ihnen ankommt. Die Arbeitgeber sagen, nur weil es in Deutschland Lohnzurückhaltung gibt, sind wir so gut durch die Krise gekommen. Falsch! Die niedrigen Lohnzuwächse in Deutschland sind mit Schuld an der Krise. Steigen die Löhne weniger als die Produktivität, so sinken die Lohnstückkosten in Deutschland. Folge, in den anderen Ländern wird weniger produziert, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Gleichzeitig fragt Deutschland weniger Ware nach, weil die Kaufkraft hier zurückgeht. Anders als viele es uns glauben machen wollen, sind hohe Exportüberschüsse kein Grund, stolz zu sein. Viele Wirtschaftsexperten sagen, dass dieses Ungleichgewicht zur Euro-Krise mindestens so viel beigetragen hat wie wilde Finanzmarktspekulationen. Deshalb fordern die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 6,5% mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro. Das werden wir nicht ohne Streik erreichen. Wenn die Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde am 1. März kein akzeptables Angebot machen, werden wir mit Warnstreiks reagieren müssen. Gibt es nach Verhandlungen und eventuell schlicht und kein Ergebnis, folgen Urabstimmung und Erzwingungsstreik in allen Bereichen, auch in den Kitas. Dann reicht es nicht, zu sympathisieren. Dann muss jeder und jede mitmachen. Nur Gewerkschaftsmitglieder halten eine harte Auseinandersetzung mit den öffentlichen Arbeitgebern durch. Das Engagement in der GEW lohnt sich aber nicht nur wegen des Streikgeldes. Nur Gewerkschaftsmitglieder haben einen Rechtsanspruch auf tarifliche Leistungen. Alle anderen müssen auf das Wohlwollen der Arbeitgeber vertrauen. Ohne Gewerkschaften gäbe es gar keine Tarifverträge. Lohnerhöhungen könnten von den Arbeitgebern nach Gutdünken bestimmt oder auch verweigert werden. Nur gemeinsam können wir durchsetzen, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst endlich wieder verdienen, was sie verdienen. Sei dabei in der Tarifrunde 2012 mit der GEW in der GEW. Die Wohlwollen für die Gehle von GEW. Untertitelung im Auftrag des ZDF für 2020 mit der GEW. Vielen Dank.